hallo zusammen herzlich willkommen zu einem kleinen video hier aus dem engadin sind wir auf dem wanderweg zwischen laven und guarda circa eine stunde 15 minuten unterwegs man sieht den schneemangel durch die schneeschmelze das weihnachtstauwetter was hinter uns liegt aber wir passen uns da an und machen eine kleine winterwanderung circa eine stunde 15 minuten und dann schauen uns das dorf die kirche und das dorfmuseum schellenurz im museum und so weiter viel spaß an der stelle wünschen wir beim zuschauen hier in dem kleinen video aus dem engadin im Untertitelung. BR 2018 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 Ja, wir sind wieder auf dem Rückweg im Hintergrund Lawin, unser Ausgangspunkt heute Morgen, wo wir mit dem Zug angekommen sind. Dort ist der Bahnhof und werden von dort auch zurückfahren. Wie gesagt, haben wir eine Wanderung gemacht, eine Stunde 15 Minuten, oben einen Spaziergang, Rundgang durch den Ort, Kirche angeschaut, das kleine Museum, Mittagspause und jetzt wieder zurück. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018